Ihr Lieben, ich habe gemerkt, dass ihr sehr darauf steht, wenn ich Leserbriefe auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen mir zur Hand greife. Und heute habe ich einen von einer Mama, die ist alleinerziehend und fragt, was soll ich denn mit meinem Kind machen? Soll ich es in die Kita geben und wenn ja, welche? Und weil ich jetzt selbst als Erzieherin gearbeitet habe, ist das wahrscheinlich auch immer wieder so ein Thema. In mehreren Leserquizen sind es schon gewesen. Ja, was ich denn raten kann, welche Tipps ich geben kann. So Nils habe ich ja auf unserem Blog diese Artikel geschrieben. So Sensibilität auch von Kindergartenkindern, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen noch ganz hilfreich. Und ja, jetzt gehe ich aber hier ganz konkret auf diesen Leserbrief von dieser jungen Mama ein. Hallo ihr Lieben, erstmal möchte ich euch schreiben, wie toll ihr das alles macht. Euer Blog, euer YouTube-Kanal. Ich freue mich immer auf neue Videos, euer Lebensstil mit euren Kindern. Und zu mir, beziehungsweise zu uns. Ich bin 25 Jahre alt und mein Sohn wird nächste Woche zwei. Ich bin seit April komplett alleinerziehend, habe davor schon allein mit meinem Sohn gelebt. Meine Einstellung zum Leben ist ähnlich wie eurer. Alles umsetzen konnte ich noch nicht. Zum Beispiel manches mag ich auch nicht vegan. Finde ich übrigens in Ordnung. Aber sehr schön, dass das alles immer geschrieben wird. Nun zu meiner Frage. Wie kann ich alleinerziehend meinen Sohn von einer Fremdbetreuung weghalten? Beziehungsweise wie könnte ich es verringern? Oder welche Kita würdest du mir von den drei empfehlen? Pfarrkindergarten, Montessori oder ein ganz normaler städlicher Kindergarten? Oder auf was sollte ich bei den Erziehern achten? Nächstes Jahr habe ich meine drei Jahre Elternzeit hinter mir und muss dann wieder arbeiten gehen. Auf meiner Familie arbeiten auch alle und der Vater von meinem Sohn lebt nun in Österreich. Ich umsorge meinen Sohn also schon seit fast zwei Jahren täglich alleine. In seltenen Fällen ist er bei jemandem. Tante, Oma oder Papa. Letztes Jahr im September war ich mit meinem Sohn auf einer Mutter-Kind-Chur und dort musste ich ihn ohne jegliche Eingewöhnung abgeben. Musste, damit ich selbst wieder Kraft auftanken konnte. Das letzte Jahr war sehr hart für mich. Und auch er hat jeden Tag geweint und immer kam die Aussage, das legt sich wieder. Ihm geht es gut hier. Ich habe anfangs auch geweint, aber irgendwann habe ich mir eingeredet, dass es nicht so bleibt. Nun haben wir beide natürlich eine schlechte Erfahrung gemacht mit der ersten Fremdbetreuung. Wahrscheinlich gibt es für uns keinen Drumherum. Aber vielleicht hast du andere Tipps oder aufbauende Worte, dass die Fremdbetreuung nicht ganz so ins Negative zieht. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, also ich hoffe, ich habe in meinen Artikeln, in denen ich beschrieben habe, warum meine Kinder nicht in eine Kita gehen, diese ganze Kita-Sache in ein schlechtes Licht gerückt. Das war nicht meine Absicht, falls es jemandem so vorkommt. Und ja, jetzt zu dieser Mama. Was kann ich dazu sagen? Zunächst finde ich das total stark, wenn die Mama sich so viele Gedanken macht und auch mit Fragen an der Herantritt. Wenn man alleinerziehend ist, braucht man so viel Kraft und ich finde das immer total toll, da andere Mamas kennenzulernen, die das alles alleine schaffen und ich bewundere die wirklich sehr. Ja, jetzt ging die erste Frage darum, wie komme ich um die Fremdbetreuung drumherum? Es ist vielleicht immer erst eine eigene Frage an sich selbst. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und wie macht man das finanziell als Alleinerziehende? Das ist wahrscheinlich ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Manche Eltern machen das so, dass sie sich irgendeine Arbeit im Bereich der Selbstständigkeit suchen und eben die Kinder eben zu Hause nebenbei betreut werden können. Das ist natürlich auch abhängig vom Alter, vom Anzahl der Kinder und von der Arbeit, die man zu Hause machen kann. Und natürlich ist auch immer das eine finanzielle Schwierigkeit. Besonders, wenn man eben das alles alleine über die Bühne bringen möchte oder muss. Ja, ich habe jetzt schon von vielen Mamas gelesen, die mir geschrieben haben, dass sie sich eben, um ihre Kinder nicht fremd betreuen lassen zu müssen, dass sie sich da selbstständig gemacht haben als Tagesmama. Und andere Frauen machen sich wieder irgendwie, die tun sich mit anderen Frauen zusammen und organisieren sich da ein bisschen, wenn sie selbstständig sind und schaffen da Räume, in denen die Kinder eben zusammen spielen und die eine Mama kann eben im Nachbarzimmer arbeiten oder dann schnell wieder dazukommen, wenn das Kind die Mama braucht. Und das weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie mit verlinken kann. Ich hatte ja auch schon Gutes dazu gelesen. Und der eine oder andere hat eine Freundin, mit der er sich hin und wieder trifft und das dann irgendwie über die Bühne kriegt. Ja, aber ich denke, das muss die Mama für sich selber finden, was dann am besten die Lösung wäre. Unser Kurs ist heute wieder dabei, weil sie noch nicht einschlafen konnte. Ja, der Akku vom Laptop, der ist warm. Ja, gut und es ist natürlich äußerstes Glück, wenn man wirklich so einen Arbeitgeber hat, der sagt, bring dein Kind mit. Oder wir haben Betreuungsplätze auch in unserer Firma angegliedert und die einem dann irgendwie auch zusagen. Also, wo man weiß, hier geht das gut mit der Eingewöhnung und ich bin auf Hofbereitschaft. Das ist manchmal bei Krankenhäusern so, obwohl natürlich die Krankenschwestern wahrscheinlich dann so eingespannt sind, dass das gar nicht möglich ist. Also, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, was soll das, was soll der beste Kindergarten für dieses Kind sein? Ich habe viele verschiedene Kindergärten kennengelernt. Aber kann ich sagen, dieser Kindergarten ist abzulehnen oder dieser Kindergarten ist total gut. Also, bei Pfarrkindergärten, ich habe Kolleginnen kennengelernt, die waren total begeistert von ihrem Kindergarten mit einem christlichen oder kirchlichen Konzept. Und wiederum kenne ich Kindergärten, in denen das gar nicht so viel zu tun hat mit christlicher Nächstenliebe. Dann bin ich hier selber ein Favorit vom Waldkindergarten, an dem ich gearbeitet habe. Und ja, Montessori-Kindergarten habe ich selber nicht kennengelernt, aber ich kenne auch die Eltern, die davon begeistert sind und Eltern, die sagen, das ist furchtbar. Und also, ich empfehle, jeden Kindergarten genau anzuschauen, darum zu bitten, während der Hauptbetreuungszeit einen Blick in den Kindergarten reinzuwerfen und eben sich wirklich das anzuschauen, nicht nur die Gruppe, in die das Kind reinkommt, sondern auch allgemein darauf zu achten, wie man sich mit seinem Kind dort in der Kita fühlt. Ist es zu laut oder ist es jetzt nun mal gerade in einer besonderen Situation laut oder sagt mir die Erzieherin auch zu, die in den anderen Gruppen arbeitet, gefällt mir die Ausstattung dort oder stehe ich nicht auf ein kitschiges Spielzeug oder finde ich es gut, wenn die Kinder Materialien aus der Natur haben klappt das denn überhaupt mit den Öffnungszeiten, mit den Betreuungszeiten der Kita, komme ich damit zurecht? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich jetzt das mit meiner Arbeit gar nicht anders schaffe? Ja, und dann denke ich, ist das Wichtigste, nicht nur in diesem Bereich auf sein Bauchgefühl zu führen, sondern auch wirklich das Gespräch schon im Vorfeld mit der Erzieherin zu suchen und die das Kind, das eigene Kind dann betreuen wird. Man kann dann schon so verschiedene Fragen stellen und wird ja dann an der Reaktion der Erzieherin merken, wie, ob einem das zusagt, ob man sich damit wohlfühlt und erziehert hat. Na klar ist die Erzieherin in erster Linie jemand, der eine Leistung erbringt, aber wenn man merkt, ja, die könnte ich auch gut zu den Müttern zählen, mit denen ich mich, mit der ich mich auf den Spielplatz unterhalten würde und die ich jetzt nicht irgendwie am Rand stehen lassen würde oder ich würde mir, wenn sie jetzt eine Mutter von anderen Kindern wäre, würde die jetzt nicht suchen. Einfach wie, wie fühle ich mich mit dieser Erzieherin. Oft ist es auch nur so üblich, dass das Gespräch mit der Leiterin stattfindet oder mit dem Leiter der Einrichtung und ich denke, man kann sich einfach ein bisschen umhören, eben auch auf den Spielplätzen, in den Krabbelstuben, mit anderen Müttern, die dann eben davon berichten, wie das in jenem oder diesem Kindergarten ist und wie sich die Kinder dort wohlfühlen. Auf jeden Fall würde ich auch das Thema der Eingewöhnung mit euren Erfahrungen, also mit den Erfahrungen, die die Mama hier gemacht hat zur Kur, würde ich auf jeden Fall ansprechen und ich würde der Mama wünschen, dass auch darauf besonders geachtet wird und deshalb vielleicht auch eine längere Eingewöhnungszeit angepeilt werden kann. Ja, dass die Eingewöhnung zur Kur so blöd gelaufen ist, ist sehr schade, aber ich habe das jetzt schon oft gehört, dass es eben bei der Kur auch besonders für die Kleinen oder für die, die sonst keinen Kindergarten besuchen, sehr schwierig ist, weil man ja nicht erst wochenlang Eingewöhnung machen kann, dann ist die Kur schon fast wieder vorbei und natürlich sagt man sich dann als Mama, ja, okay, das Kind muss da jetzt durch und ja, natürlich gibt es auch die Eltern, die dann ihr Kind eben immer mitnehmen zu den einzelnen Dingen, die es da gibt, aber nicht in jedem Kurhaus wird das möglich sein. Gut, das soll aber jetzt auch gar nicht Thema sein, sondern vielmehr möchte ich der Mama Mut machen, symbolisch Kraft kriegen, wirklich die Kitas genau anzuschauen. Man kann sich auch alle drei Kitas anschauen und entscheidet dann aus seinem Bauchgefühl heraus oder setzt sich nochmal ganz ausgiebig mit der Konzeption der Einrichtung auseinander. Jede Einrichtung muss eigentlich die Konzeption zur Verfügung stellen und dann merkt man auch schon ein bisschen, ja, ist das jetzt ein veraltetes Pamphlet, was da rumliegt oder hat sich da wirklich jemand sehr Gedanken gemacht, wie das Kind gesehen wird. Und die Mama hat hier geschrieben, dass sie noch ein Jahr Zeit hat, bis die Elternzeit um ist. Manchmal macht man sich eben schon viele Gedanken, obwohl es noch gar nicht so weit ist. Mir ging das auch so mit unserer Großenbauter, die damals noch an meinem Bauch war und ich hatte Schwangerschafts-Yoga besucht und hatte die Yoga-Lehrerin gefragt, wann muss ich denn meine Kinder anmelden in diesem Waldkindergarten hier in Erfurt. Und also mein Kind im Bauch, weil sie ihre eigenen Kinder dort auch hingeschickt hatte. Und sie rief mir damals nur, warte doch erstmal die Zeit, aber es wird sich alles entwickeln. Und sie hatte so recht, es wird sich alles entwickeln. und das ist auch die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe mit meinen Kindern oder so in meinem Leben. Es wird irgendwie immer eine Lösung geben und meistens wird alles gut und das wünsche ich auch der lieben Mama hier. Ja, ihr könnt gerne wieder eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr mit verschiedenen Kitas gemacht habt und vielleicht findet sich auch die ein oder andere Tagesmama vielleicht auch sogar in dem Raum, wo die Mama ihr Kind betreuen lassen möchte. Vielleicht kann sich da eine ganz freundschaftliche Beziehung zu einer Tagesmutter entwickeln. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit für so ein Kind, was bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich wünsche euch alles Gute, genauso wie der jungen Mama, die hier geschrieben hat und sage bis bald. Tschüss.